Hallo Freunde der Grund für dieses Video sind die Kommentare unter diesem Video von mir T-34 Entstehungsgeschichte und dort wird ein Video erwähnt wo gesagt wird dass die T-34 Kanone vor dem Krieg von Deutschen an die Sowjetunion geliefert wurde deswegen konnte der T-34 so erfolgreich werden schauen wir uns doch mal an ob das so stimmt also hier dieses Video schaut mal er hat ein Bild verwendet hat die Kanone rot eingekreist und geschrieben die T-34 Kanone wurde von Deutschen gebaut Deutschen hat er natürlich mit Capslog geschrieben wie es für jeden sehr hochintelligenten Menschen im Internet gehört kann man direkt IQ daran messen wie viele Worte er in Capslog schreibt so dann wir sehen das Analyse erstmal zum Bild das ist T-34 85 Bild 85 Millimeter Kanone mit der S-53 Kanone eingebaut S-53 Kanone sieht man an dieser Kanonen Blende Schauen wir mal in die Beschreibung was steht unter dem Video T-34 Kanone von Deutschen gebaut gewann deshalb die Rote Armee den Krieg an der Ostfront? Die 76 Millimeter Flugabwehr Kanone M1938 wurde in die T-34 76 eingebaut und war eine weitere Entwicklung der 76 Millimeter Flak M1931 von der deutschen Rüstungsfirma Rheinmetall Entwicklung zusammen mit der Herstellungsanalyse und so wie es 1930, 1932 verkauft wurde Er hat ein Bild von T-34 85 mit einer 85 Millimeter Kanone im Bild und er schreibt darunter 76 Millimeter Kanone wurde in T-34 76 also die Rede ist von T-34 76 auf dem Bild hatte T-35 85 also welchen Durcheinander welchen Brei hat dieser Mensch im Kopf? vor allem er nennt sich auch gar nicht vorlaut Wehrtechnik Museum Ich habe jetzt mal gegoogelt Wehrtechnik Museum was da kommt das ist ein Museum in der Röthenbach-Pegnitz hier ist nichts von einem YouTube Kanal dieses Museum hat nichts mit diesem Kanal zu tun soweit ich das beurteilen kann Weiterhin im Video erzählt er das ist der T-34 85 also er weiß was ein T-34 85 ist dann erzählt er von der Geschichte mit der gelieferten Flak ja Freunde das freut mich sehr weil die Flak die Rheinmetall geliefert hat an die Sowjetunion war 1930 tatsächlich geliefert worden schneidet auch keiner ab ich habe euch auch in dem zum Beispiel Panzerung Russlands Video erzählt die Waffe 45 Millimeter Kanone die Panzerabwehrkanone die basierte auf der deutschen 37 Millimeter Panzerabwehrkanone verheimlicht auch keiner das steht zum Beispiel auch in dem Buch von Franz Kosar Panzerabwehrkanonen 1916 bis 1945 steht alles drin hier ist es so diese Flak 76 Millimeter Kanone von Rheinmetall sie wurde an die Sowjetunion geliefert und sie wurde sofort quasi weiterentwickelt weil sehr viele Entwicklungsfehler Konstruktionsfehler drin waren ich könnte euch auch aufzählen welche was genau also es wurde Verschluss überarbeitet das Rohr die Lafette und 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 der Verschlussprinzip wurde beibehalten dann wurde auf diese Lafette eine sowjetische eigenentwickelte 85 Millimeter Kanone das ist die die auch hier zeigt draufgelegt genau hier ist ein 85 Millimeter Rohr in der Lafette das heißt von der deutschen Ursprungslieferung ist da schon gar nichts mehr drin außer Konstruktion Prinzipien die dann weiterentwickelt wurden und weiter modifiziert wurden aber er schreibt doch hier von einer 76 Millimeter Kanone dann gehen wir doch weiter okay es ist auch in Ordnung gehen wir weiter im Video sagt er dass diese warum erzählt er dann über diese 85 Millimeter Kanone wenn er im Video dann sagt dass die 76 Millimeter Kanone wo ist die in den T-34 eingebaut wurde was überhaupt nicht stimmt warum weil diese 76 Millimeter Kanone 60 Kaliberlängen hatte die war 60 Kaliberlängen lang die war ultra lang wie jede Flak auch sein muss weil sie sehr hoch schießen muss kostet auch mehr deswegen hier steht zum Beispiel auch in dem Wikipedia Artikel die Quellen stehen weiter unten steht auch hier der Kanone mit 60 Kaliberlängen und wie viele Kaliberlängen hatte das T-34 Rohr hier haben wir den den allerersten T-34 mit der L-11 Kanone sie hatte 30,5 Kaliberlängen das hätte ja für die deutschen Panzer schon ausgereicht bloß 1940 hat man gedacht die Deutschen werden bestimmt noch stärkere Panzerung entwickeln und haben gesagt mach mal eine fettere Kanone rein und dann kam als Ersatz für die L-11 kam die F-34 Kanone schauen wir uns mal an was das für eine ist die F-34 Kanone basierte auf der F-22 Panzerabwehrkanone die eine sowjetische Entwicklung war und sie hatte absolut dieselbe Ballistik und nutzte die gleiche Munition während die Flak eine andere Munition nutzte aber es gab Versuche eine Panzerkanone auf der Basis dieser Flak was heißt auf der Basis mit der Ballistik dieser Flugabwehrkanone zu entwickeln und zwar das war hier diese KW-1 mit F-27 Kanone in Klammer SIS-5 warum in Klammer weil drei Systeme dann im Nachhinein insgesamt mit der Bezeichnung SIS-5 bezeichnet wurden das ist total komplizierte Geschichte ich will euch überhaupt nicht da reinsteigern aber es war mal so in dem Fall und hier dieses System schlug Fell ihr seht die Kanone ist sehr lang sie steht sehr weit über dem Panzer drüber also die Ballistik ist schon gut sie war man sieht das in der Flak also eine Flakabwehrkanone als Basis diente jedoch ging das nicht in Serie warum? weil durch diesen langen Teil hatte auch der innere Teil von der Kanone eine massive massive Bauteile und schlug deswegen beim richten der Kanone nach unten schlug natürlich gegen die Turmdecke und somit konnte die Kanone nur um 2 Grad nach unten gerichtet werden nur minus 2 Grad und das geht gar nicht diese F-27 Kanone sie basierte auf der Ballistik der Flugabwehrkanone von 1931 damit ist diese sowjetische Weiterentwicklung der deutschen Rheinmetall Flugabwehrkanone gelieferten also es ist schon die weiterentwickelte modifizierte Variante bloß für die Panzerkanone brauchst du ja den ganzen Lafettenquark hier nicht du nimmst nur das Rohr für die Panzerkanone weil dich interessiert zum Beispiel die Warnstärke von dem Rohr der Drall die Anzahl der Drallwindungen und der Steigungswinkel von dem Drall unter welchem Winkel steigt der Drall das alles aber den ganzen anderen Quark den brauchst du hier gar nicht das wird für die Panzerkanone neu konstruiert unter Umständen musst du sogar den Stoßdämpfer musst du umkonstruieren weil dieser Stoßdämpfer ja keine Platzeinschränkungen hat Rückstoßdämpfer den Rohrvorholer die musst du alle für die Panzerkanone neu konstruiert werden das heißt von der Flak bleibt eigentlich nur das Rohr aber das war das das wäre das F-27 Kanonenrohr im Vergleich zu der vorher gezeigten L-11 Kanone mit 30 Kalibern waren die 40 Kaliberlängen von der F-34 eine Steigerung aber das waren immer noch 20 Kaliberlängen weniger als die Flak hatte das ist bei weitem nicht dieselbe Kanone die F-34 Kanone hatte genau gesagt 41,6 Kaliberlängen Rohrlänge Durchschlagswerte zum Beispiel mit der BR-350A Granate bei 60 Grad Aufprallwinkel auf 500 Meter Distanz 70 Millimeter Durchschlag geringfügig das heißt 20% Splitter drangen durch die Panzerung durch und Komplettdurchschlag nur bei 59 Millimeter Panzerungsdick Komplettdurchschlag bedeutet 80% Splitter drangen durch die Panzerung durch das war das sowjetische Messsystem für die Panzerungsdurchschläge deswegen mit dem deutschen Durchschlagsystem nicht direkt vergleichbar das war bei 60 Grad Winkel Mündungsgeschwindigkeit für diese F-34 Kanone betrug 680 Meter pro Sekunde für die normale Panzer brechende Granate bei der Flak wären das über 800 Meter das war also kann man keine Rede sein von derselben Kanone gewann deshalb die Rote Armee den Krieg an der Ostfront es gibt drei Faktoren die bei einem Panzer Panzerwirksamkeit wirken er beschwert sich doch selber in diesem Video die Deutschen hatten zu schwache Kanonen 37 Millimeter auf dem Panzer 3 oder 5 Zentimeter ja warum war denn dann die Wehrmacht so erfolgreich in Frankreich und vorher in Polen Norwegen aus drei Faktoren die Effektivität bestimmt wird bei einem Panzer drei Faktoren es ist die Mobilität Feuerkraft und die Panzerung also Kanone alleine entscheidet schon gar nichts entscheidet nur 33% grob gesagt zweitens ein Panzer an sich als Waffengattung ist in bestimmten Bereichen schon wichtig aber ein Panzer an sich gewinnt überhaupt nicht den Krieg den Krieg zu gewinnen müssen strategische Sachen wirken und das würde jeder Kriegsexperte heute erzählen da geht schon mal mit Logistik los ja und er schreibt auch hier vom Motor weil T-34 Dieselmotor hatte völliger Quatsch guckt euch die Videos vom Deutschen Panzermuseum an von Ralf Ratz ein professioneller Historiker er wird euch erzählen dass das überhaupt nichts ausgemacht hat Benzinmotor das hat bei den Sowjets zu massiven Problemen geführt der Dieselmotor die hatten starke Treibstoffprobleme weil sie Benzin und Diesel beschaffen mussten jetzt kommen ja die ganzen Dokumente ans Licht da kann man das analysieren es war eher ein logistisches Problem zwei Treibstoffe sind komplexer aufzutreiben als ein Treibstoffsystem entsprechend den heute verfügbaren Dokumenten haben die Sowjets die Umstellung auf Diesel Treibstoff nur aus Kostengründen gemacht Reichweitenvorteil war nicht relevant in dem Fall weil darauf weniger geschaut wurde weil hier mehr auf Kosten geguckt wurde bei den Sowjets steht in den Dokumenten so drin aber Reichweite hat man nicht vergrößert gehabt für einen einzelnen Panzer weil diese ganzen Dieselpanzer zwar weniger Treibstoff aber mehr Öl verbraucht haben die haben alle ganz massiv Öl gefressen diese ganzen Dieselpanzer und Öl war sogar komplexer zu besorgen das hat Ralf Ratz noch nicht rausrecherchiert nicht in seinem Video gesagt aber so war das sagen die die Panzer Restaurateure heute und auch die Historiker die russischen Historiker Öl war teurer und komplexer zum besorgen als Treibstoff weil Treibstoff ja in großen Mengen herangeliefert worden ist wo halt die Logistik stand und Öl eben nicht Öl musste man extra besorgen das war problematischer die sowjetische S53 warum ich darauf vorhin akzeptiert habe die Kanone S53 85 mm wurde beim T-34 85 verbaut ja und die S53 Kanone war komplette sowjetische Entwicklung aber es gab tatsächlich bei der 85 mm Flugabwehrkanone dieses Rohr also wir erinnern uns die Lafette und so weiter war von der deutschen Rheinmetall Kanone abgeleitet modifiziert aber abgeleitet von ihr Lafette dann neu konstruiert irgendwann aber irgendwo hat man trotzdem an der Ursprungskonstruktion basiert und immer weiter entwickelt aber das Rohr der 85 mm Kanone die in diese deutsche Lafette reingelegt wurde dieses Rohr wurde dann hergenommen und in den T-34 85 Panzer eingebaut von dem er hier nicht schreibt aber auf dieses Bild einbaut T-35 85 nur ich habe vorhin gesagt das ist die S-53 Kanone aber das war die sowjetische Entwicklung und auch von der sowjetischen komplette Entwicklung für den T-34 85 Panzer komplett entwickelt stammt überhaupt nicht von einer Flak von einer Flugabwehrkanone jedoch eine Kanone stammt doch von einer Flak ab und lag auch auf dieser Lafette die praktisch ursprünglich aus dieser Flak heraus entwickelt wurde und zwar war das die 85 Millimeter Kanone D-5T so das ist der Unterschied ihr habt es rot eingekreist hier ihr seht den Unterschied wie man diese beiden Kanonen unterscheidet das kennt man von außen an diesem Teil hier und diese Kanone stammt von der Flak also das Rohr basierte auf der Ballistik der Flak Kanone das heißt trotzdem nicht es war die deutsche Rheinmetall Kanone weil du die ganze Lafette und den ganzen Quark nicht brauchst und aber das Geil ist diese Kanone für die 85 Millimeter Kanone ihr wisst ja T-34 85 kam erst 1944 ja das hat überhaupt nichts zur Kriegsentscheidung bei mit gesund Menschenverstand kann man das verstehen so bloß von diesen Kanonen wenn man jetzt sagt ganz krass toller ja ist ja trotzdem von den Deutschen ja Deutsch ja dann trotzdem von diesen Versionen von dieser Variante mit der D5T Kanone wurden nur ungefähr 500 Stück gebaut bei über 50.000 T-34 wie viel Prozent macht es aus könnt ihr euch selber ausrechnen 500 Stück bekamen diese Kanone dann wurde die Produktion auf die S-53 Kanone umgestellt also ihr werdet die meisten Fotos die ihr findet werdet ihr mit dieser S-53 Kanone sehen dann behauptet dieser Mensch noch was das geht mir überhaupt nicht wenn man sich dieses Video anguckt behauptet er auch dass die S-3 Kanone die von den deutschen Raj Boom genannt wurde auch von dieser Flag stammen alles was 76 2 das stammt alles von der deutschen Flag ab nein und zwar hatten die Sowjets schon im ersten Weltkrieg auch 76 2 Millimeter Kanonen versteht ihr das müsst ihr verstehen die hatten schon solche Kanonen Moment ich glaube der Kater schreit ich habe die Tür geschlossen und er fühlt sich dann einsam und fängt an zu schreien so also die Raj Boom Kanone SIS-3 wurde von der F-22 Kanone entwickelt zu dem habe ich auch schon ein Video die F-22 Kanone wurde von den Deutschen massenweise erbeutet beim Einfall in die Sowjetunion wurde von den Deutschen massenweise erbeutet und modifiziert verstärkt also die haben es so eingesetzt dann haben sie es auch umgebaut das Schild haben sie gekürzt halbiert damit die flacher ist die Kammer aufgebohrt damit eine größere Treibladung reinpasst und das war eine sehr starke Panzerwehrwaffe dann also und auf der basiert diese drei Kanone die Rajbum genannt wurde und nicht auf der Flak und wisst ihr was lustig ist diese F-22 Kanone ist die allererste Panzerabwehrkanone die komplett in der Sowjetunion entwickelt wurde und auf gar keiner anderen Entwicklung basiert könnt ihr auch könnt ihr auch in dem Buch darüber nachlesen wie gesagt von Franz Cossard ein sehr sehr gutes Buch Franz Cossard hat sehr gute Bücher über Kanonen über Geschütze geschrieben kann ich euch nur empfehlen werde ich auch die Links unter dem Video stellen könnt ihr euch mal selbst durchlesen also bitte Leute was mich aber bedrückt ist dass diese ganzen Kommentare und die Likes die dieser Mensch kriegt oh ja sehr interessant klasse Video sehr super informativ wenn er drei Minuten über die Sache erzählt und dann die restliche Sache dann gibt er sich noch als Analytiker für deutsche Wirtschaft aus was hätten die Deutschen anders machen sollen Wirtschaftsexperte und dann noch zehn Minuten von Wochenschau was hat das überhaupt mit der Materie zu tun da muss man doch ein bisschen nachdenklich werden wenn man sowas sieht seid mir nicht böse ich musste vielleicht ein paar Herzen brechen ich weiß nicht ein paar Menschen nehmen sich vielleicht jetzt das Leben dass die Deutschen doch nicht die T-34 Kanone entwickelt haben Spaß also Freund wenn du dir bis jetzt nicht das Leben genommen hast vor lauter Enttäuschung Spaß natürlich dann hinterlass mir bitte einen Kommentar unter dem Video was denkst du ob ich recht habe oder habe ich nicht recht zweifelst du meine Quellen an die ich hier alle in dem Video hinterlassen habe oder unter dem Video die Links natürlich zweifelst du das alles an warum zweifelst du es an was glaubst du nicht was glaubst du doch bitte schreib mir das alles in die Kommentare oder schreib mir einfach du Arschloch was weiß ich ist auch egal Hauptsache du schreibst irgendwas Daumen hoch Abo falls noch nicht geschehen Glocke an verbreite dieses Video damit es überall im Internet verbreitet wird und natürlich weiter verbreitet wird als irgendwelche Lügen Videos ihr habt gesehen man musste ich musste hier für dieses Video sehr viel recherchieren und die ganzen Quellen wieder aufrufen die ich schon mal für irgendwelche Sachen aufgerufen habe musste ich ja alles nochmal hochkrempeln also hat sehr viel Zeit gekostet um einfach mal eine blöd daher ausgequatschte Aussage wieder zu widerlegen das macht schon sehr viel Mühe wenn man das fachlich richtig machen will in diesem Video könnt ihr das alles sehen und alles überprüfen jede Aussage so Freunde in diesem Sinne macht es gut vielen Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal Tschüss bis zum nächsten bis zum nächsten